Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Ocarina of Time und Majora's Mass Combo Randomizer. Es geht wieder weiter, aktuell in Dodongos Höhle. Die haben wir jetzt schön absolviert, mit dem Hammer war das überhaupt kein Problem, also in einem Part komplett weggemacht. Und stehen jetzt hier gerade vorm Bossraum und ich bin mal gespannt, was uns jetzt hier erwarten wird. Haben wir den gerandomized oder nicht? Der ist tatsächlich gerandomized. Und wir bekommen hier schöne Earthbound Musik, also Goma ist am Start. Let's go. Goma schön mit dem Hammer. Könnte interessant werden, wir können den aber auch. Jetzt Monkey Island. What the heck? Ich würde aber sagen, wir machen den mit dem Degustick. Oder geht das mit dem Hammer? Jetzt einmal mit dem Hammer drauf ist tot, Junge. Ich habe auch Goma noch nie mit dem Hammer gemacht, bin ich ehrlich. Was war das? Uh, Waldmedaillon und 5 Rubine. Ja, nice. So, you got a Blue Rupee und you got a Forest Medaillon. Sehr schön. Äh, warte mal, Forest Medaillon. Feier. Forest. Ja, bottom of the well, da könnten wir auch rein zum Beispiel, ne? Wir haben ja auch ein bisschen was zu tun, denke ich. Aber ich glaube, ich hatte gesagt, ähm, ich möchte nochmal hoch auf dem Todeskrater. Oder zum Todeskrater. Denn da gibt es auf jeden Fall noch einen Deku-Kerl, den wir noch nicht hatten. Und den würde ich schon gerne noch holen. Alternativ. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Ich bin gerade am überlegen. Wir könnten, wir haben uns jetzt halt da den Heiljahr-Schild geholt. Oder könnten uns den Heiljahr-Schild holen. Trinkt uns halt aber nix, ne? Hilfe. Ja, genau. Trinkt uns halt absolut nix. Ändert, äh, das ändert nix an irgendwas, wenn ich mir den Heiljahr-Schild hole. Oh. Jetzt kommt wieder die Unterwassermusik. So. Ja, schauen wir mal, ob das vielleicht doch ein wichtiger Punkt ist. Dieser Deku-Kerl. Ähm. Den habe ich auch im letzten Randomizer erst so richtig herausgefunden, dass es den eigentlich gibt. Damals war der für mich noch nie relevant gewesen. Okay. Das sind nur Pfeile. Also komplett useless eigentlich. Kann ich? Nö. Dann wieder zurück an den Startpunkt, würde ich sagen. Alles klar. Äh, ist die Eule noch da? Die Eule ist auch noch da. Wir können jetzt zurück nach Kakariko fliegen. Und könnten theoretisch mal in Majora's Mask reingehen. Theoretisch. Ah. Ach so, geil die Musik. Das ist einfach nur Kindheit, ey. Schön. Ja, wir fliegen mal mit. Äh, waren wir da schon jetzt eigentlich? Haben wir das schon gemacht? Ich glaube, das hat man schon gemacht. Und ich hatte mich geärgert, dass ich... Genau, das ist nur das Zelt. Das Zelt, ey. Ist auch so mega witzig. Okay, wir haben theoretisch genug Skulli Tokens. Aber wir haben das Skulli Haus noch nicht gefunden. Oder? Das war hier ja nicht drinnen. Ne, hier ist nur eine Fee. Und wir wissen auch immer noch nicht, ob die Kühe... Auch Items geben, wenn wir denen was vorspielen. Hier wurde, glaube ich, gesagt... Äh, da habe ich die Skulli vergessen zu tracken. Das weiß ich, wie gesagt, gerade nicht. Das muss ich nochmal nachgucken. So, wir könnten in den Brunnen gehen, Leute. Wir könnten... Naja, aber da können wir nicht viel machen. Wir können ein bisschen was machen, aber nicht viel. Weil ich habe halt das Lied noch nicht. Hm, hm, hm. Ansonsten... Hier sind wir erstmal soweit durch. Was können wir noch machen? Wir haben halt... Wir haben halt den Hammer, ne? Das ist schon geil. Ähm, ich überlege gerade. Was können wir noch machen? Wir haben auch den Zweier-Entferno. Ba, ba, ba. In den verlorenen Wäldern waren wir auch schon. Also wir könnten theoretisch wirklich mal... In Majora's Mask reingehen. Alternativ kann man immer noch in den Brunnen. Ich habe halt immer noch ein bisschen Trouble mit Majora's Mask. Weil ich so ein bisschen Schiss habe, dass wir... Dass wir ein bisschen verkacken. Sage ich mal. Die Maske der Wahrheit haben wir noch. Aber die bringt mir ja auch nichts. Kann ich die jetzt eigentlich auch hier unten einfach switchen? Was haben wir denn hier unten alles für Items mittlerweile? Äh. Ja. Krass, ey. Was man hier alles switchen kann. Ist ja unglaublich. Wahnsinn. Ja, aber ansonsten haben wir aktuell hier nicht wirklich viel zu tun. Ja, ich werde glaube ich wirklich in Majora's Mask mal weitergehen. Ansonsten fällt mir gerade wirklich nur Bottom of the Well ein. Sicherlich haben wir irgendwo noch was anderes zu tun. Wahrscheinlich. Aber aktuell ist es halt wirklich so, dass mir nur Bottom of the Well einfällt. Deswegen, ich werde erstmal zurück nach Majora's Mask kehren. Und hoffen, dass wir da ein bisschen was machen können. Ja. Let's go. Okay. Wir haben den zweiten Tag mittlerweile erreicht. Was haben wir denn alles? Hier können wir halt auch mittlerweile richtig krass umswitchen. Verrores Wind einfach, ey. Wie cool das ist, ne? Was haben wir denn hier? Spring Water. Das war glaube ich mal Quellwasser, oder? Kann das sein? Ah ne, das hatte ich da mitgenommen. Wir haben den Fotoapparat. Wir haben auch zwei Erbsen. Die hatte ich gekauft. Wir haben auch immer noch diese Dings. Pups. Wir haben die Dekomaske. Da hätte ich halt auch schon viel mitmachen können mit der Dekomaske. Jetzt allgemein kann ich ja mit mehr machen. Okay. Ich würde sagen. Die Schuhe. Ich würde sagen. Ich würde sagen. Ah, ich muss mir erstmal einen Plan machen. Also pass auf. Ihr hattet schon gesagt. Ich habe hier ein paar Löcher übersehen, ne? Die Musik. Oh man. So. Also erstmal. Es gibt ja hier auf der Säule oben ein Loch. So. Da hattet ihr mich schon richtig gerügt. Da soll ich unbedingt nochmal reingehen. Logisch. Verstehe ich auch. Machen wir jetzt auch. Ich glaube es ist auch gleich die erste Säule hier, ne? Und dann war irgendwo anders auch nochmal ein Loch. Da hattet ihr gesagt. Nur du kannst daran vorbeilaufen. Und das stimmt auch. Nur ich kann das. Okay. Gut zu wissen, dass das hier ist. Das brauche ich auf jeden Fall, wenn ich wieder an den ersten Tag zurückkehre. Das muss ich mir merken. Weil das müssen wir... Ne? Das müssen wir dreimal machen. Und dann sind wir da auch auf der sicheren Seite. So und hier gibt es glaube ich öfter mal Löcher, ne? Oder? Das ist ja nicht das einzige Loch an der Stelle. Ich glaube es gibt... Es gibt ja insgesamt vier von diesen Löchern, oder? Irre ich mich gerade. So guck mal. Jetzt sind wir wieder in Ocarina of Time drin. Holen wir uns erstmal eine schöne Schatzkiste. Mit... Wieder eine Fee. So es gibt echt viele Feen. Und das kriege ich nicht runter. Ich hoffe aber auch, dass da nichts drin ist. Ähm... So jetzt I wish you a Merry Christmas. So lustig. Okay, ähm... Es ist unglaublich, dass wir in Ocarina of Time diese gewaltige Sprengkraft haben. Aber hier halt nicht. Das nervt mich so. Okay, pass auf. Ich hoffe das klappt. Ich will einfach... Okay. Bam, 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 bä-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Aber ich sag mal, so prinzipiell ist es erstmal sinnlos. Good to have. Aber erstmal sinnlos. Habe ich hier eigentlich auch die freistehenden Rubine randomised? Ich glaube nicht. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Ach schön. So. Wir haben hier auch verschiedene Schatzkisten. Ich habe auch vergessen, in viele Häuser reinzugehen, ne? So, warte mal. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Meint ihr, wenn wir den Vogel töten, kriegen wir da was Gutes? Komm, das machen wir jetzt mal. Das ist so geil. Alter, ich kill jetzt einfach den Vogel, Leute. Mal eben weghauen. Ich meine, was wir dann machen? Ja, guck mal, wie klein der ist. Nur mal gespannt. Ob der auch ein random item droppt. Beim ersten Mal vielleicht. Könnte ja sein. Oh Gott. Warum hat der so viel Geld? Alter, was? Ne, okay, macht er nicht. Jetzt haben wir weniger als vorher, ne? Oder wie viel gibt der? 200? Ja, das war schon irgendwie sinnlos. Okay, ähm, ich werde mal kurz Tingle abschießen. In der Hoffnung, dass der vielleicht irgendein random item hat. Two days left. Okay, was können wir noch machen? Wir können auch hier dann noch... Ne, kann ich nicht. Hä, es gibt so viel Zeug, was man machen könnte, aber ich kann's halt einfach nicht machen, weil mir so Sachen fehlen. Sieht auch cool aus. Ich hab keine Magieanzeige. Ich kann nicht mal schießen. Ach, nö. Das heißt, ich kann nur fliegen. Oh. Scheiße. Ich kann ja gar nichts machen. Ja, wow. Ich brauche Magie. Ich brauche Magie, Leute. Okay, was kann man noch machen? Was kann man noch machen? Was kann man noch machen? Überleg mal. So, was waren hier eigentlich? Kann man da gegenhauen? Okay. Ich glaube, beim letzten Mal, als ich meinen Majora's Mask Randomizer gestartet habe, haben wir da auch random items bekommen. Als ich dagegen gehauen habe. Das heißt, ich kann die Tingels auch gar nicht runterschießen aktuell. Mann, mir fehlt voll die Fernkampfwaffe. Da oben ist ein Herzteil, was mir halt nichts bringt. So, da hinten waren wir auch schon mal. Aber wir haben halt ein Item vergessen zu holen. Und hier ist ab irgendeinem Tag ist hier auch ein Loch drinnen, ne? So, Phantom Hourglass Musik. So. Da oben ist die Ocarina. Ah. Ne, warte mal. Ich habe die Sumpfurkunde. Ich brauche aber die andere Urkunde. Da oben ist die Ocarina einfach. Ja, das bringt dem nichts, ne? Das will der nicht haben, ne? Der wohnt ja schon im Sumpf. Was ist das für krasse Musik? So, ich könnte damit jetzt... Wollen wir das machen? Trinken wir das was? Ja, komm. Der will Fotos. Ich könnte ein Foto vom Chef machen. Bootsverleih. Aber die sind jetzt beim Potion Shop. Ich muss ja erst die Oma retten. Das heißt, ich bräuchte jetzt rotes Elixier. Elixier. Ich bräuchte rotes Elixier. Okay. Okay, 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 okay. Was kann man denn noch machen? Ich könnte auch erst mal ins Hotel gehen, weil ich habe den Schlüssel fürs Hotel. Da könnte ich erst mal mir eine Schatzkiste holen. Das würde doch erst mal ein bisschen was bringen. Ähm... Ihr merkt halt einfach, ich bin in Majora's Mask nicht so krass drinnen, ne? Außerdem brauche ich ein rotes Elixier für die Oma. Damit ich bei den Degus weiterkomme. Die Ocarina liegt oben auf dem Dach. Shit. Da komme ich aktuell halt nicht dran. Da brauche ich noch die andere Urkunde. Und diese Urkunde hier, die ich jetzt aktuell habe, die bringt halt nur dem Typen in den Bergen was. Oder als Klopapier dient die auch noch. Das heißt, wenn jetzt 12 Uhr schlägt, müssen wir mal, äh... sowieso dahin. Und ihr hattet gesagt, ich soll bei Nacht auch mal hier hinkommen, weil da die Fee ist. Und die möglicherweise ein anderes Item hat. So, aber ich gehe jetzt erstmal kurz in den Gasthof. Ich gehe jetzt erstmal kurz in den Gasthof. Und gehe mal in den Raum hier oben rein. Aber da komme ich jetzt nicht rein, weil da schon einer wohnt. Obwohl ich den Schlüssel habe. Das ist jetzt doof. Ah, nee. Quatsch. Das ist der Raum. Das sind aber nur 100 Rubine. Oder? Ne, das ist der Raum, den ich bekomme. Und die andere Seite ist da, wo... Carfai und so heiratet. Genau. Wir haben mittlerweile echt viel Geld. Dürfen wir auf jeden Fall nicht vergessen, da noch wegzubringen. Sonst, äh, bin ich traurig. Okay, was können wir noch machen? Den Schlüssel haben wir jetzt quasi benutzt. Quasi. Jetzt ist Nacht. Waren wir eigentlich schon in der Feenquelle drin, weil die ja auch gerandomist ist? Oder könnte gerandomist sein? So, wir gucken erstmal nach der Fee hier selber. Die ist überhaupt nicht da. Die müsste jetzt aber da sein. Also wir haben die Fee quasi eingesammelt, jetzt ist die gar nicht mehr da. Gut zu wissen. Waren wir hier schon drin? Ja. Ich hab schon gar nicht mehr die ganzen Orte im Kopf. Äh, okay. Wir haben ja auch die Dekomaske. Was können wir denn noch machen mit der Dekomaske? Wir müssen uns da noch erinnern, um 0 Uhr muss ich da nochmal in den Eintopf. In das Gasthaus. So, jetzt geh ich mal kurz hierher. Hier könnte man halt auch das mit dem Bomber machen. Ich hab aber noch keine Magie für Madrasmask. Das heißt, ich kann hier nix machen. Wir könnten mal da rüberfliegen. Da ist ja der Eingang auch random. Das muss ich mir halt immer wieder vor Augen führen. Ah, ein Shop. War ich hier schon drin? Auch so geile Musik. So, was haben wir denn hier für Musik? Hä? Willkommen, what are you looking for? Achso, jetzt. Epona Song. Also, Epona Song nehmen wir auf jeden Fall mit. Maybe. Maybe bekommen wir was, wenn wir den Kühen was vorspielen. Eine Bottle of Milk. Aber das ist, äh... Warte mal, erstmal Epona Song. Sack. Ist das eine richtige Bottle of Milk? Nee, ne? Oder ist das nur Milch? Man weiß es nicht. Aber ich hab ja theoretisch aktuell alles voll. Wenn's keine wär, könnt ich sie nicht mitnehmen, oder? Man weiß halt nicht, ob's eine leere Flasche ist oder nicht. Bottle of Milk. Ja, ist eine Flasche. Ja, geil. Schön. Freu ich mich. Wunderbar. Okay, ähm... Was haben wir denn hier noch so? Ich könnte ein Foto machen. Habe aber nichts, wovor ich ein Foto machen kann. Jaws Mask ist aktuell noch so. Ah, was kann ich tun? Was will ich machen? Was soll ich... Sollte ich tun? Der Paar ist übrigens auch rum. Ich werd nochmal ganz kurz... Die Verwandlung ist auch mega geil. Ich werd nochmal ganz kurz drüber fliegen. Ja, soll ich die... Haben wir jetzt auch nicht Progress gemacht, ne? Äh... Oh! Oh! Das ist cool! Da haben wir nämlich schon was für. So, da gibt's auf jeden Fall ein Item. Das ist gut. Ah, das ist immer Jaws Mask, Alter. Immer Jaws Mask ist einfach dieses Ding. Ich mein, das passt ja irgendwie dazu, aber... Das ist... Alter, das sich zu merken, das ist ja sowas von crazy. Shit, einfach nur Pfeile bekommen. Schade. Okay. Dann merken wir uns, wir müssen da nur noch mit der Schädelmaske hin. Dann ist das abgeschlossen. Ich bin halt echt so am überlegen, was bekommst du denn? Oder was passiert denn, wenn wir wirklich die letzte Sekunde erreichen? Sterben wir dann? I don't know. So, ich kann die speichern. Das ist doch schon mal was Schönes. Der möchte ja ne Mondtrainer haben. Okay. Was können wir denn noch machen, Leute? Ich könnte... Ich könnte noch ein bisschen Geld holen. Frage, es bringt das irgendwas? Hier wollten wir auch nochmal rein. 10 PM. Okay, da gehen wir gleich mal rein. Ich muss noch mal kurz in die Läden reingucken, Leute. Ich habe keine Ahnung mehr, was da überall drin war. Hier ist es vielleicht auch ein bisschen Geld, ne? Oder haben wir schon eingesammelt? Wahrscheinlich schon. Ich muss mir das echt mal merken, was wo drin war. Oder zumindest so die wichtigen Sachen vielleicht. Oh, das ist auch so. Dem kann man, glaube ich, auch irgendwas vorspielen, ne? Ach, so viele Sachen. Überall nochmal reingucken kurz. Oh. Ja, siehst du, ich war hier auch gar nicht drin, weil... Weil... Einfach ich davon ausgehe, dass das Original ist. Ich muss überall reinlatschen, Leute. Ich muss mir das merken. Und wir haben schon wieder übelst Überlänge. So, der hat geschlossen. 9 AM. Der noch offen. Bogen schießen. Das könnte ich halt machen. Aber das machen wir später. Leute, ich beende jetzt erstmal die Folge. Und wir merken uns, dass wir erstmal noch das Klo-Ding machen, ne? Und da unten in den Laden reingehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Zum Ocarina of Time und Majora's Mask Randomizer. Tschüssi, Leute.